Also erstmal ist es eine Lernreise, die eine sehr persönliche ist und insofern ist es durchaus erstmal die Einladung, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und sich selbst einzuschätzen und vor allem sich selbst zu überlegen, wo stehe ich und wo möchte ich gerne stehen, was braucht es dazu. Also es ist schon eine sehr persönliche Reise, die wir versuchen im Sinne der Lust am Lernen zu unterstützen. Rebellisch Gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute ist Felicitas von Kiau zu Gast. Nach Station bei Vattenfall und Coca-Cola ist Feli seit 2022 Geschäftsführerin Personal bei Vodafone Deutschland und folgt damit auf ihre Vorgängerin Bettina Karsch, die auch schon in diesem Podcast zu Gast war. Als eine der 40 führenden HR-Köpfe setzt sich Feli insbesondere für das lebenslange Lernen ein. Liebe Feli, vielen Dank für die Einladung hier nach Düsseldorf. Du kommst aber eigentlich ursprünglich aus Berlin, lebst da auch, aber wenn man so einen schönen Campus hier in Düsseldorf hat, dann ist man gerne hier, oder? Genau, da gibt es keinen Grund nicht hier zu sein. Schön, dass du dir das anguckst in unserem schönen Podcast-Studio in der 18. Etage mit Blick auf Düsseldorf. Ich finde, da hast du vollkommen recht. Die Anfahrt ist ein bisschen länger als für manche andere, aber es lohnt sich. Was gibt es hier alles so am Campus? Erzähl mal den Zuhörern, Zuhörern. Menschen, Kolleginnen und Kollegen in erster Linie miteinander, Dynamik, Bewegung, Leben. Und was macht die Menschen bei Vodafone aus, wenn du die eben schon als erstes sofort angesprochen hast? Herzlich, hat neulich eine Kollegin gesagt und ich glaube, das trifft es. Menschen mit viel Leidenschaft ist das, was aus meiner Sicht unsere Kolleginnen und Kollegen auszeichnet. Also ein hohes Wollen und das spürt man auch, wenn man so bei den Campus läuft, hohe Vibes und das fühlt sich gut an. Und jetzt haben wir ein paar Herausforderungen, denen wir gemeinsam ins Auge gucken müssen. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir mit so einer Einstellung diesen auch gut begegnen können und vor allen Dingen sie in den Griff kriegen werden. Wir werden glaube ich gleich noch auf die Herausforderungen eingehen. Wer sich aber mit dir noch intensiver beschäftigt, der wird vielleicht erfahren haben, dass du auch Künstlerin bist. Denn man kann deine Bilder auch käuflich erwerben. Ist Zeichnen eine Leidenschaft von dir, ein Hobby oder wie können wir uns das vorstellen? Das kann man sich so vorstellen, ja. Und an der Hobbykarriere arbeite ich noch. Tatsächlich, das bin ich ja schon mal gefragt worden, Kunst und Küche ist das Stichwort. Mal ich sehr gerne und zwar abstrakte Kunst, expressive Farben, bunt und ausdrucksstark. Und das ist etwas, was ich in meiner Freizeit gerne mache und mir vor vielen Jahren wieder in Erinnerung gerufen habe. Etwas, was ich als Kind sehr gerne gemacht habe, was dann manchmal in Vergessenheit gerät. Und dann gab es einen guten Anlass, sich wieder daran zu erinnern. Und insofern mache ich das sehr gerne, ja. Aber ich konnte in einem Interview raushören, dass ein Ziel von dir ist, ein Atelier mal an einem See zu besitzen. Du bist ein aufmerksamer Zuhörer. Bist du dem Ziel ein Stück näher gekommen? Nein, noch kein Zuhause. Aber die Zukunft ist ja noch lang. Man darf noch Träumen. Denn, ich habe es im Intro ja schon erwähnt, du bist einer der 40 führenden HR-Köpfe 2023 vom Personalmagazin gewählt worden. Und die geben jeder Person quasi so eine Art Überschrift. Bei dir steht die Konzeptionelle. Fühlst du dich damit identifiziert? Oder was macht der Begriff mit dir? Also ich glaube, die haben sich gute Gedanken gemacht und das ist eine tolle Auszeichnung, die ich gerne angenommen habe. Die natürlich eine Freude und Ehre ist, gerade für jemand, der, wie ich, seit 13 Jahren in der HR-Szene wirkt und mitwirkt und auch das ein oder andere Ehrenamt in diesem Kontext hat. Ich bin gerne auch für die Umsetzung gleichermaßen bekannt und ich glaube, für Umsetzung braucht es ein gutes Konzept. Und in diesem Duo wird was draus, würde ich sagen. Sehr schön. Und du hast dir ja auch Gedanken gemacht zum Konzept bezüglich lebenslanges Lernen. Da wollen wir ja heute so ein bisschen drüber sprechen. Wenn ich Menschen in meinem Umkreis so ein bisschen über das Lernen ausfrage, verdreht das bei ganz vielen den Magen. Also es zieht sich so quasi zusammen, wenn Menschen an Lernen irgendwie denken müssen. Viele Menschen denken, wenn sie ihre Schule besucht haben, Studium gemacht haben, Ausbildung gemacht haben, sie haben ausgelernt. Wenn man jetzt so in die Medien ein bisschen schaut, überall steht, lebenslanges Lernen wird immer wichtiger und wichtiger. Frage an dich, warum ist Lernen so wichtig und warum haben wir nie ausgelernt? Ausrufezeichen, würde ich sagen. Danke. Perfekte Zusammenfassung. Was soll ich dazu noch sagen? Die Welt ist so schnelllebig und voller Veränderung, dass das, was wir früher einmal in welchem Kontext auch immer gelernt haben, du hast gerade eben von der Schule gesprochen, im Studium, in der Ausbildung, selbst am Arbeitsplatz, schnell an Halbwertszeit verliert. Und insofern, glaube ich, ist es für uns alle wichtig, anschlussfähig zu bleiben und dazu braucht es eine Offenheit, eine Neugierde. Und dazu gehört sicherlich auch das Thema Lernen, weil das, was wir früher mal gelernt haben, mag noch eine Weile anhalten, aber mag nicht in die Zukunft tragen. Und dafür würde ich gerne ein alternatives Bild anbieten, nämlich eher das Thema Wissen durch Lernen ersetzen, also im Sinne von ein Leben lang anschlussfähig und neugierig bleiben und nicht sich darauf ausruhen, dass das, was man mal gelernt hat, auch ausreicht. Und beim Lernen geht es jetzt gar nicht nur rein um die Wissensvermittlung, sondern es geht ja auch um unsere Kompetenzen und Fähigkeiten. Es ist eine Haltung, würde ich sagen, eine Haltung, aufs Leben zuzugehen, eine Welt, die im Wandel ist. Und da gibt es viele Studien, auf die ich jetzt auch Bezug nehmen könnte. Gartner, mit denen wir auch viel intern arbeiten. Ja, 24 sind 30 Prozent der Skills, die 2019, Entschuldigung, in den Jobdescriptions gestanden haben, nicht mehr relevant. Nur mal einen Snapshot auf morgen, weil die Welt dreht sich weiter, sehr stark natürlich bedingt durch die technologischen Entwicklungen. Und ich glaube, wer das einmal verstanden hat, selber erlebt, versteht, dass es wichtig ist, dass wir nicht uns auf dem ausruhen, was wir mal erworben haben, sondern dass es durchaus auch Spaß machen kann, Dinge mitzugehen und auch weiterzulernen. Und wenn man dem großen Begriff Lernen vielleicht die Angst nimmt, indem man sagt, wie kann man Lust am Lernen fördern, auch das in den Alltag integrieren, stellt man fest, dass man jeden Tag auf ein Neues lernt. Ich lerne jetzt mit dir, wie macht man einen Podcast. Ja, als ein Beispiel, deinen Podcast zu hören in gewisser Weise mag Lernen sein. Und dann kann man das Ganze natürlich auch bewusster aufsetzen und Großformatiker. Und insofern sind Menschen per se neugierig. Und diese Neugierde zu unterstützen, eine Lernkultur zu etablieren in den Unternehmen und konkret ja auch bei Vodafone, die die Neugierde fördert und Spaß am Lernen vermittelt, ist wichtig. Also würdest du dem Gehirnforscher Gerald Hüther recht geben? Er hat es so wunderschön gesagt, Lernen heißt nicht weniger als lebendig zu bleiben. Wer nichts mehr lernt, ist tot. Würdest du dem also zu 100 Prozent recht geben? Also ich würde auf jeden Fall sagen, wer lernt, bleibt zukunftsfit. Und darum geht es, anschlussfähig zu bleiben, mitzugehen und sich nicht auszuruhen oder zufriedenzugeben. Aber das gar nicht so sehr als Bedrohung, sondern eben als Einladung. Die Welt ist groß und bunt und lasst sie uns gemeinsam entdecken und erobern. Und ich glaube, in dieser Offenheit, in dieser Neugierde wird was draus, so wollte ich sagen. Und im Unternehmenskontext nimmt es ja immer noch eine wichtige Rolle ein. Du hast jetzt eben schon eine Zahl reingeworfen. Ich werfe die nächste Zahl rein. Wir haben eben uns im Off schon über das Weltwirtschaftsforum unterhalten. Die gehen davon aus, also die Experten und Expertinnen, dass unsere Kompetenzen, Kompetenzen, die wir für einen durchschnittlichen Job brauchen, zu 45 Prozent sich verändern werden in den nächsten fünf Jahren. Das heißt, wir müssen uns komplett darauf einstellen, neue Fähigkeiten, neue Kompetenzen zu lernen. Ja, und ich glaube, da sind wir beim Thema Lernen und Entwicklung und Veränderung, die kein Copyright-Feli eine Binsenweisheit ist, so will ich mal sagen. Ich glaube, über die technologische Entwicklung erfahren wir eine Intensität, die gefühlt erstmal ihresgleichen sucht und in dem Sinne, und du hast gerade das Stichwort Skills, Fähigkeiten angesprochen, ist Lernen wichtig. Früher sagte man, das gehört dazu sozusagen, ich würde heute sagen, Skills are the new gold. Früher war es Wissen ist Gold, noch in meinem Elternhaus oder auch bei meinen Großeltern. Ich glaube, heute ist das Thema Fähigkeiten, Skills an der Tagesordnung. Warum Jobs, so wie sie heute bestehen, verändern sich mit der Zeit. Und ich glaube, man muss sehr viel mehr auf das Thema Fähigkeiten der einzelnen Jobfamilien sozusagen schauen und schauen, wo entwickeln sich welche Skills hin, welche brauche ich, welche brauche ich nicht. Lass uns doch da mal kurz einsteigen. Welche Fähigkeiten, Kompetenzen brauchen wir denn heutzutage? Was würdest du denn sagen, wenn wir mal auf so die Kompetenzen schauen, was wird jetzt relevant? Naja, gerade das Thema Lernen. Du hast es gerade eben angesprochen. Das ist eine der großen Metaskills. Lernfähigkeit, Veränderungsfähigkeit. Das ist aus meiner Sicht eine der wesentlichen Superpower, die wir heutzutage alle brauchen. Egal wo, was, wie wir machen. Jeder von uns muss diese Offenheit, diese Neugierde mitbringen, lebenslanges Lernen für sich selbst anzunehmen. Und ich glaube, mit dieser Einstellung bleibt man offen für das, was kommen mag und damit auch zukunftsfit für alle Veränderungen, die einhergehen. Wie schaffen wir es denn, Menschen zu begeistern? Denn ich glaube, da geben uns Studien und Umfragen recht. Wenn man Menschen fragt, wie wichtig Lernen ist, sagen alle ja, die Bedeutung ist wichtig. Das haben wir alle so langsam auch verstanden. Aber wenn man dann schaut, trifft dieses Verständnis auch auf die Realität zu. Da sagen die Zahlen, nee, die Lernbereitschaft ist noch nicht so ganz da. Es gibt eine Abbruchsrate laut einer Studie von 60 bis 70 Prozent bei so E-Learning-Angeboten. Was würdest du also sagen, wie schaffen wir es, Menschen wieder diese Lust am Lernen? Wie schaffen wir es, die… Ein Begriff geklaut. Ich könnte auch Lernbereitschaft sagen. Das klingt so statisch. Lust am Lernen, ich glaube, das trifft sehr gut. Also Freude, die Angst vor den Veränderungen zu nehmen und die Freude, die Offenheit zu vermitteln. Und ich glaube, sie fängt in erster Linie bei einem selbst an, die Reise. Die persönliche Motivation, wo stehe ich, wo will ich stehen, wo will ich hin, was braucht es dazu. Das ist eine sehr persönliche Reise und die versuchen wir auch hier persönlich zu beantworten über Grow with Vodafone. Eine KI-gestützte Lernplattform, Lern- und Skill-Plattform. Sie kann auch noch mehr, aber wenn wir uns darauf hier konzentrieren. Und sie ermöglicht eine sehr persönlich personifizierte Antwort. Und ich glaube, das ist eine mögliche Antwort aus der heutigen Sicht, nicht ein Standardprogramm anzubieten, sondern jedem Einzelnen die Möglichkeit zu bieten, wo steht er oder sie heute, wo möchte er hin, im aktuellen Job, in zukünftigen Jobs oder Aufgabengebieten und damit eine sehr persönliche Antwort zu finden. Und ich glaube, wenn es dann persönlich wird, dann kann es sehr viel mehr Spaß hoffentlich bringen als ein, das musst du machen, Standardangebot. Okay, das heißt, wir gehen gleich auf das Programm noch näher ein. Das heißt, eins hast du jetzt gesagt, persönliches Angebot. Was hältst du davon, dass wir auch ein lernmotiviertes Umfeld brauchen? Denn wenn wir noch in die Wirtschaftswelt, in den Unternehmenskontext schauen, ist immer noch Beschäftigtsein, ist immer noch so ein Status für ganz viele Menschen. Und da aus Erfahrungen, aus Gesprächen weiß ich, dass viele Menschen sich auch schwer tun, sich überhaupt die Zeit im Alltag zu nehmen, weil sie eine Art schlechtes Gewissen haben gegenüber ihren Kollegen und Kolleginnen. Wie sieht das jetzt auch vielleicht aus, wenn ich jetzt zwei, drei Stunden vielleicht lerne, während andere in Meetings sitzen, in Terminen sind, um die Welt jetten? Da gibt es ein tolles Beispiel. Und deswegen würde ich mal fragen, wie das hier bei Vodafone ist. Denn der Microsoft-CEO Sacha Nadella, der ja auch sehr bekannt ist für Empathie, der kommuniziert einmal im Monat, was er gelernt hat. Gibt es sowas auch bei Vodafone? Kommunizierst du einmal im Monat, einmal in der Woche, was du gelernt hast? Oder euer neuer CEO, der Philipp? Wie kann ich es mir vorstellen? Also, ich glaube, du hast mehrere Punkte angesprochen. Ich fange mal mit dem Grundsätzlichen an. Lust am Lernen, Lernkultur ist, glaube ich, das große Thema, was uns leitet hier und was wir versuchen zu etablieren und wie das bei allen kulturellen Maßnahmen ist. Das passiert nicht von heute auf morgen. Freude am Lernen, Spaß zu vermitteln, Zeit dafür zu ermöglichen. Ich habe auf der einen Seite über die Plattform, die Technik, wenn du so willst, und die richtigen Inhalte, vielleicht sprechen wir darüber auch noch gesprochen. Aber das andere ist der Rahmen, der Raum, den wir ermöglichen über die Plattform. Und dadurch kann ich es mir selber in meinen Alltag integrieren, weil ich es für mich selber auch identifiziere, was für mich wichtig ist. Oder Spirit Days, die wir haben, einmal im Quartal, ganze Tage, wo wir lernen können. Wir haben unsere Playlists, Philipp und ich, auch veröffentlicht. Und wir werden kürzlich eine weitere veröffentlichen, weil wir hoffentlich ein neues Programm starten werden. Da kann ich vielleicht einen Sneak Peek geben. Aber das tatsächlich wöchentlich, täglich zu machen, why not, ist eine gute Idee. Die nehme ich gerne für die Kolleginnen und Kollegen in der Kommunikation mit. Viel wichtiger, als was lernen Feli und Philipp oder Philipp und Feli, ist, was lernen wir alle. Und insofern freue ich mich immer über die Storys, die über die Flure geistern oder die wir teilweise tatsächlich auch über die Kommunikation verteilen. Weil dann wird ein Schuh draus, wenn Menschen über die Schulter gucken und beim Nachbarn der Kolleginnen und Kollegen hören, das war cool. Das mache ich auch, ist das, glaube ich, nochmal viel wichtiger. Gleichwohl wollen wir natürlich die Bewegung unterstützen. Und insofern Playlist, Feli, Philipp, auf jeden Fall. Dann teil doch gerne mal vielleicht eine Story von einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin, was im letzten Jahr, Monaten gelernt worden ist. Oder teil doch einfach mal persönlich, was ist vielleicht das Letzte, was du gelernt hast? Oder wo du gerade lernst, was du noch vielleicht nicht kannst? Oh, da gibt es ganz viel, aber das wollen wir jetzt nicht allen wirklich mitteilen. Vielleicht haben sie es ja noch nicht gemerkt. Also ich glaube insgesamt, wenn man einen neuen Job beginnt und du hast gerade eben gesagt, du bist ja erst kurz dabei. Tatsächlich ist in anderthalb Jahren im Konzernleben relativ kurz, da hast du vollkommen recht. Aber ich glaube, wenn man einen neuen Job beginnt, ist das per se erstmal eine Lernreise. Neue Themen, neue Abkürzungen, den Kontext zu entdecken, das ist eine Lernkurve, hoffentlich eine steile auf jeden Fall. Und insofern ist das erstmal das, was mich beschäftigt. Ansonsten kann ich sagen, dass ich immer versucht habe, mir Dinge immer mal wieder vorzunehmen. Ich bin ein ausgebildeter Coach, ich habe einen Scrum Master. Ich mache aktuell die Aktualisierung meines Scrum Masters beispielsweise. Ich glaube, ein schönes Thema ist auch die Website. Du hast vorhin über meine eigene Kunst gesprochen, aber es gibt auch einen Blog und es gibt einen von meinem Vater, der ein Buch veröffentlicht hat. Die habe ich selbst konfiguriert. Das sind alles so Nebenprodukte sozusagen in meiner Freizeit. Und ich habe tatsächlich gerade die Tage bei uns auf der Plattform Grow ein Health & Safety Training absolviert. Wir haben viele digitale Angebote ergänzend zu Besuchen vor Ort. RegioTour habe ich letzte Woche an einem Standort gemacht. Also wir sagen, Lernen findet auf der Plattform, aber auch außerhalb der Plattform statt. Dann lass uns doch mal über die Plattform reden. Grow with Vodafone, das ist der Name. Wir haben schon ein bisschen rausgehört, KI ist so ein bisschen das Herzstück. Da werden wir uns auch gleich noch die Zeit nehmen. Aber was zeichnet jetzt so diese Lernplattform insgesamt aus? Für die, die Sie jetzt nicht bei Vodafone arbeiten und vielleicht noch nicht die Lernplattform mitbekommen haben. Also es ist eine Plattform tatsächlich und sie ist KI-basiert. Und sie dreht sich rund um das Thema Lernen und Fähigkeiten. Fähigkeiten im Sinne von unseren neuen Is It The New Gold, wie wir es gerade eben besprochen haben. Also ich kann als Mitarbeitende mein CV hochladen oder ich kann es auch manuell eingeben. Ich kann mich mit LinkedIn verbinden. Es gibt verschiedene Wege, meine Daten sozusagen auf die Plattform zu bringen. Ich kann mich selbst beurteilen, wenn du so willst, meine eigenen Skills raten. Also wie finde ich mich? Wie finde ich das, was ich kann? Vor allen Dingen, was will ich aber auch darüber hinaus in meinem Job noch mehr aneignen? Oder welche Perspektive interessiert mich? Vielleicht eine andere Rolle in einem anderen Kontext und was braucht es dazu? Welche Skills sind dort vorgesehen? Und die ziehe ich mir dann sinnbildlich in meine eigene Playlist. Und dann finde ich KI-gestützt Angebote. Angebote im Hinblick auf Rollen, aber Angebote vor allen Dingen im Hinblick auf Trainingsmöglichkeiten. Und die kann ich im Großen wie im Kleinen in der Mittagspause, nachmittags, wenn ich es brauche, vielleicht konkrete Fragen, die ich im aktuellen Job brauche oder systematischer beispielsweise am Spirit Day mir aneignen. Das heißt, wenn ich jetzt da vielleicht angebe, ich arbeite aktuell in der Kommunikationsabteilung, aber mein Ziel ist es eigentlich in der Technik irgendwann vielleicht zu landen, dann wird mir die Lernplattform mir Trainingsfähigkeiten anzeigen, die ich quasi brauche, um dorthin zu kommen. Genau. Und dann gibt es vielleicht naheliegende und weniger naheliegende Themen. Also nicht alles lässt sich über ein Training, ein kleineres oder größeres Training erarbeiten. Also wir haben gerade die Stelle einer Arbeitsmedizinerin beispielsweise ausgeschrieben. Also selbst wenn ich wollte, das würde ich nicht über ein klassisches Training auf der Plattform Grow absolvieren können, um nicht falsch verstanden zu werden. Aber es gibt bestimmte andere Pfade, die naheliegender sind. Und da zu gucken, wie kann ich mich upskillen, reskillen sozusagen. Also diese Möglichkeiten bietet die Plattform, ja. Und das sind sowohl soziale Kompetenzen, es sind aber auch technische Kompetenzen. Also so ein Einblick in die Themenwelt ist wirklich von A bis Z. Es ist von A bis Z. Wir arbeiten gerade daran, zwei neue Content Provider anzuschließen, um auch die relevanten Inhalte aktuell anbieten zu können. Wir haben natürlich ein riesen Portfolio, eine riesen Library, mit der wir arbeiten. Wir haben eigenproduzierte Themen als auch Themen, die wir einkaufen. Und wir arbeiten gerade an einer, ich nenne das mal Grundlagenausbildung, Skills for All als Hashtag. Aber das ist noch in der Mache, wo wir bestimmte, auch digitale Angebote, digitale Skills sozusagen in den Vordergrund stellen, ob das nun Cyber Security, AI oder ähnliches ist. Aber genau und gleichermaßen auch soziale Kompetenzen wie psychologische Sicherheit oder Arbeitsformen wie agiles Arbeiten. Also wir werden ein Portpourri an Grundlagenthemen unseren Kolleginnen und Kollegen anbieten wollen. Du hattest jetzt am Anfang gesagt, dass die Menschen sich da selbst bewerten können und dass das auch irgendwie die Ausgangsbasis ist. Wenn man jetzt, ich meine du bist Coaching, vielleicht hast du auch von den Studien und Umfragen ja schon mitbekommen, aber wenn man ja so ein bisschen da tiefer reingeht, bekommt man mit, dass Menschen schon oft ein verzerrtes Selbstbild haben. Also es gibt die Menschen, die sich oft überschätzen, obwohl sie eigentlich in diesem Bereich gar keine Kompetenzen haben. Es gibt die Menschen, die sehr gut sind, sich aber unterschätzen. Stichwort Impostor-Syndrom. Das heißt, wir Menschen neigen dazu, auch völlig vielleicht auch natürlich nicht ein realistisches Selbstbild von uns zu haben. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Werden die Mitarbeitende da irgendwie vielleicht unterstützt, geholfen von der Führungskraft von anderen Personen? Weil ich mir vorstellen kann, wenn ich natürlich in der Lernplattform angebe, was ich alles Tolles kann, das aber nicht der Realität entspricht, dann ist das natürlich auch nicht als Arbeitgeber für euch ja auch nicht gut. Also nicht nur für die Menschen, sondern ja auch für euch als Unternehmen nicht. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie unterstützt ihr da die Menschen? Also erstmal ist es eine Lernreise, die eine sehr persönliche ist. Und insofern ist es durchaus erstmal die Einladung, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und sich selbst einzuschätzen und vor allem sich selbst zu überlegen, wo stehe ich und wo möchte ich gerne stehen? Was braucht es dazu? Also es ist schon eine sehr persönliche Reise, die wir versuchen im Sinne der Lust am Lernen zu unterstützen. Gleichermaßen ist natürlich eine Führungskraft idealerweise an der Seite und ich kann als Mitarbeitender entscheiden, involviere ich meine Führungskraft, hole ich mir die Unterstützung im Dialog. Das wäre idealtypisch. Das ist eine freiwillige, sehr bewusste Entscheidung des Mitarbeitenden an dieser Stelle, weil wir wollen insbesondere und ganz vorneweg an dieser Stelle keinen Zwang ausüben, sondern wir wollen wirklich die eigene Auseinandersetzung stärken, die Lust am Lernen, ich möchte das Thema nicht überstrapazieren, fördern und insofern so viele Möglichkeiten bieten wie machbar und eher das Ganze freiwillig orchestrieren. Wie gesagt, das hindert nicht, mit der Führungskraft zu sprechen, das hindert auch nicht daran, im Team miteinander zu reden. Wie siehst du das, was fehlt dir? Es hindert auch nicht daran, kollegial sich auszutauschen. Was braucht es eigentlich, wenn ich XYZ werden will? Wie siehst du es denn in der Praxis? Wir haben ein sogenanntes Insider-Programm, wo wir bestimmte, insbesondere Frontline-Rollen, einen Tag beobachten oder unterstützen können. Also wie sieht die Arbeit in dem eigentlichen Job wirklich aus? Ich glaube, das ist dann nochmal ein Realitätscheck, der ganz gut ist. Aber die Reise beginnt bei einem persönlich und die wollen wir auch über die Technik unterstützen. Und wie sind bisher so die Erfahrungen? Was kriegst du so gespiegelt? Wir sind seit November letzten Jahres richtig unterwegs. Wir haben angefangen, als Friendly User sozusagen eine Pilotierung zu starten, einfach um zu gucken, wo haben wir noch Bugs. Wir haben Continuous Release Updates der Plattform, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind bei circa 40, 50 Prozent der Mitarbeitenden, die auf der Plattform sind. Also das ist gut, das ist gut genug, sage ich mal, nach der noch nicht mal Einjahres-Schallmauer. Mehr geht immer. Und insofern sind wir da sicherlich zufrieden, aber noch nicht zufrieden genug. Gleichzeitig, glaube ich, geht es jetzt gar nicht so sehr darum, wie viel sind auf der Plattform, sondern wie wird es für sich selber angenommen? Wie setze ich mich mit meinem eigenen Lebensweg und der beruflichen Entwicklung weiter auseinander, um Self-Empowerment zu üben, Zukunft zu bleiben? Ist mir das wichtiger, dass die Menschen wirklich auf die Plattform gehen und das nutzen? Und dazu werden wir auch sicherlich das Thema Content nochmal weiter aus- und aufbauen. Du hast aber eben so schön, den Satz will ich nochmal aufgreifen, gesagt, das ist nicht das oberste Ziel, nur auf der Plattform zu sein, sondern natürlich ist es auch im Alltag anzuwenden. Ja, und wir haben auch Angebote, die nicht auf der Plattform zu finden sind, um nicht falsch rüberzukommen. Wir haben ganz viele Menschen, die sich einbringen und, ich sage jetzt mal, Brownback-Sessions machen, Learning-Sessions machen. Es gibt ganz viele Netzwerke bei Vodafone, die selbst gesteuert und initiativ Themen anbieten, die außerhalb der Plattform stattfinden. Das wäre mir auch nochmal wichtig. Das heißt, so ein Peer-to-Peer-Coaching-Austausch, das bietet ihr auch mit an oder das fördert ihr und wollt ihr auch unbedingt umsetzen. Oder und, das wird von, Stichwort herzlich und leidenschaftlich, unseren Mitarbeitenden selbst gesteuert. Da steht nicht eine Personalabteilung dahinter und sagt, ihr müsst mal oder das erwarte ich jetzt, sondern es sind ganz viele Menschen, die Initiative zeigen. Ich habe dir gerade eben erzählt, ich komme gerade von einem Gen-Z-Austausch, Reverse Mentoring, da hat keiner vor ihnen gestanden, aber ihr müsst jetzt, sondern die sind auf uns zugekommen und haben sich angeboten und das nehmen wir gerne an und bauen das aus. Und das findet außerhalb einer Plattform statt, nur um nicht falsch rüber zu kommen. Und findest du das auch wichtig, dieser Austausch zwischen der alten Generation und der jungen? Ich war letztens bei einem anderen Kunden, bei der Führungskräftetagung, da war ein U60-Jähriger, der ehemalige Führungskraft ist, jetzt wieder Mitarbeitende. Und er hatte irgendwie das Gefühl, auf dieser Führungskräftetagung geäußert, dass er jetzt mit seinen 60 Jahren sich nicht mehr so gesehen wird im Unternehmen beziehungsweise sein Wissen, dass er das Gefühl hat, es wird nicht so geschätzt, also dass keiner auf ihn zukommt und sagt, du bist doch hier schon seit zehn Jahren, kannst du mir noch irgendwie was erklären? Wie wichtig ist dir dieser Austausch zwischen den Generationen? Aber es ist ja nicht nur Generationen, sondern auch vielleicht unterschiedliche Kulturhintergründe und und und. Also wie, welchen Einfluss nimmt das in eurem? Ja, einen ganz großen. Ich glaube, da hast du auch gut recherchiert, sonst würde es das nicht ansprechen. Diversity ist keine Lippenbekenntnis bei uns, und das haben wir in allen Facetten, in allen bekannten Dimensionen und natürlich auch in der Dimension generationenübergreifende Zusammenarbeit. Und da haben wir die jungen Gen Z, über die wir gerade eben gesprochen haben, die sich einbringen, genauso wie die Boomer-Generation, zu der ich, glaube ich, gehöre, die sich gleichermaßen einbringen. Und ich glaube, da geht es um Vielfalt der Perspektiven und das ist, glaube ich, beim Thema Diversity ganz wichtig. Nicht eine Perspektive zählt, sondern unsere aller Perspektiven und die Vielfalt der Perspektiven macht den Unterschied. Und insofern ist das generationenübergreifende Miteinander und der Austausch, die junge Perspektive, die vielleicht ein bisschen mehr challengen und die erfahrene Perspektive, die eben Wissen und diese Erfahrung aus der Seite einbringt. Ich glaube, wenn man beide Perspektiven vereint, dann ist es perfekt. Warum ich das Thema auch aufgegriffen habe, diesen Austausch war, es gibt den amerikanischen Unternehmensberater Josh, ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus, Bärsien, Börsien, Börschen, du kennst ihn schon. HR-Probs, ja klar. Wunderbar. Und er hat das so wunderschön beschrieben und gesagt, und den Fehler erkenne ich häufig bei Unternehmen und deswegen wollte ich mal fragen, wie ihr damit umgeht, dass viele so Lernplattformen so ein bisschen wie Netflix und YouTube aufbauen wollen. Das heißt, je mehr die Menschen auf dieser Plattform sind, also Art Suchtfaktor, desto besser ist es. Aber beim Lernen geht es ja eigentlich um etwas anderes, es auch im Alltag anzuwenden, es immer wieder auszuprobieren. Merkst du, dass durch eure Lernplattform jetzt es auch einen Einfluss auf die Fehlerkultur vielleicht gibt? Also dass du merkst, die Menschen sind bereiter, mehr zu lernen, auszuprobieren, Fehler zu machen durch diese Lernplattform von euch? Also das wäre vermessen, jetzt auf eine Plattform alles zurückzuführen. Ich glaube, es geht insgesamt um das Thema Kultur, Diversität, Offenheit, Neugierde, ein neugieriges Unternehmen zu sein und zu einem neugierigen Unternehmen, gehört nicht nur Lernen, sondern gehört auch Fehlertoleranz, ohne Zweifel, aus möglichen Fehlern zu lernen und diese Offenheit dafür, diese zu unterstützen, das ist, glaube ich, ein kulturelles Thema, die hat mit der Plattform auch was zu tun, aber wir wollen jetzt die Plattform auch nicht zu sehr hoch heben. So sehr sie mir am Herzen liegt, weil ich sehr stolz drauf bin, weil KI wirklich ein moderner Motor ist unter der Haube sozusagen. Aber es geht doch um viel mehr, es geht um die Kultur insgesamt bei uns im Hause und Punkt. Also von daher würde ich das größer sehen wollen. Du hattest jetzt die KI ja schon angesprochen, magst du darüber noch was erzählen, weil das ist ja das Herzstück, wie kann ich mir jetzt als Außenstehender und als Nicht-Technik-Erprobt mir das so vorstellen, wie hilft jetzt die KI da? Die KI hilft, weil sie Connecting the Dots macht, intelligent verbindet, setzt voraus, dass möglichst viele es nutzen, möglichst viele drauf sind, dann lernt die Maschine, die künstliche Intelligenz quasi automatisch mit uns mit, über unser Nutzerverhalten, über die Themen, die wir liken, über unsere eigenen Playlists oder Ratings etc. Also insofern ist da eine gewisse, ja am wahrsten Sinne des Wortes, künstliche Intelligenz unter der Motorhaube und diese ermöglicht eine persönliche Lernreise. Sonst würde man eine statische Liste haben, die man irgendwie abarbeitet, die irgendjemand vorgibt. Der Umkehrschluss ist hier, dass über die künstliche Intelligenz ich angeben kann, was mich interessiert, heute oder morgen und dann wird das sinnbildlich eingespeist, wenn ich das so sagen darf. Und insofern ist es hochgradig persönlich und nicht vorkonfektioniert, sondern etwas, was ich mir selber entwickle und über die künstliche Intelligenz unterstützt wird. Wir hatten eben ja schon über die Kompetenzen und Fähigkeiten gesprochen, hast du gesagt, eine der wichtigsten wird Lernbereitschaft, Lernlust sein. Was ist mit digitaler Kompetenz? Wie wichtig wird das? Also das ist genauso wie KI. Ich glaube, das ist im Mainstream mittlerweile angekommen. Es sind nicht nur die Experten-Buzzwords, die so rumgeistern. Und ich glaube, jetzt sind wir auch über Themen wie Chat, GPT im Mainstream zumindest im Bewusstsein angekommen. Und wir haben vorhin ganz am Anfang über das Thema Veränderung und die Welt in Veränderung gesprochen. Keine, kein, nichts Wichtiges oder nichts Besonderes hervorzuheben. Das wird forciert durch die technologische Entwicklung. Und insofern ist es etwas, was uns alle betrifft, in den unterschiedlichsten Rollen, mal mehr, mal weniger, aber die natürlich dem ganzen Thema Veränderung nochmal einen richtigen Hype gibt. Und insofern, glaube ich, tun alle gut daran, denn egal welcher Rolle uns mit der technologischen Entwicklung, ob nun KI oder sonstige Themen auseinanderzusetzen, um anschlussfähig zu bleiben. Und ich glaube, das haben wir alle mittlerweile verstanden. Und dann ist die Frage, wie tue ich das? Und insofern ist eine Plattform wie Grow hoffentlich auch eine Hilfestellung, um Angebote auszusprechen, weil die Welt ist groß und bunt. Vielfältige Möglichkeiten gibt es überall. Was ist eigentlich das Richtige? Was ist eigentlich wirklich wichtig? Und dann ein Stück weit auch Guided Learning anzubieten, also zu unterstützen auf dem sehr persönlichen Pfad. Und auf dieser persönlichen Reise haben wir eine Grundlage, haben wir einen Rahmen, der uns allen gut zu Gesicht steht. Und der betrifft ganz konkret auch das Thema digitale Fähigkeiten. Anderer Punkt wäre, wie kriegst du das im Umfeld mit, mit den Menschen bei Vodafone? Gibt es auch Sorgen und Ängste vielleicht mit dieser ganzen Entwicklung? Und wie geht ihr damit um? Mit welcher ganzen Entwicklung? Ja, mit der Entwicklung, dass vielleicht drei, vier Jahren du einen anderen Job hast, es deinen Job vielleicht auch gar nicht mehr gibt, sondern du jetzt was anderes brauchst. Also ich kann mir vorstellen, dass ja, ganz viele Menschen sich auch vielleicht darauf freuen, es positiv annehmen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es Menschen gibt, die das jetzt seit 10, 15 Jahren vielleicht auch machen, die sagen, uh, da kommen Ängste, Sorgen auf. Ich glaube, es gibt von allem etwas, ja. Und es gibt die Frontrunner, die sagen, wann geht es weiter? Und es gibt solche, die sich vielleicht mit dem einen oder anderen ein bisschen schwerer tun. Ich will das gar nicht bewerten. Ich glaube, das ist Teil der Realität. Was wir versuchen über das Stichwort Lernkultur, und da mag die Plattform ein Vehikel sein, ist genau die Angst zu nehmen, die Freude am Lernen, die Lust am Lernen zu fördern. Dann möglichst selbstgesteuert, bevor die Lücke zu groß wird, zu sagen, wo stehe ich, wo möchte ich gerne hin, was bedeutet das für mich? Das wäre doch eigentlich idealtypisch, auch aus Sicht eines Arbeitgebers. Detox Rebel ist ein Podcast, Gesundheit, Resilienz ist, glaube ich, ein wichtiges Thema auch für dich. Und eins der Füße, Beine, auf denen wir stehen, ist das Thema unserer eigenen Lernfähigkeit und Veränderungsfähigkeit. Und das zu tun, bevor man es tun muss, ist das, was ich Veränderungsfähigkeit nenne. Und das ist das, was mich persönlich sehr leitet, weswegen ich sehr an dieser Thematik Grow hänge, weil es geht darum zu lernen, teilweise bewusst, teilweise unbewusst, aber nicht, weil ich muss, sondern weil ich will, weil ich kann. Und ich glaube, das nimmt ein Stück weit die Sorge. Abschließende Frage, die wir in unserem Podcast immer stellen, denn das Motto der Detox Rebels ist, wir müssen nicht mehr machen, sondern einfach nur etwas anders machen. Was wäre dein Wunsch? Was wäre deine Vorstellung? Eine Sache, die du jetzt sagen könntest, was wir zukünftig anders machen sollten. Unternehmen, Menschen, du kannst dir aussuchen, kommt dir da was spontan in den Kopf? Also spontan kommt mir das Thema Lernen. Wie könnte das nur sein? Ja, genau. Könnte das das Thema geworden sein, unseres Podcasts? Lebenslanges Lernen, Lust am Lernen und die Bereitschaft, dieses weiter auszubauen für sich selber, nicht das Gefühl zu haben, man hat ausgelernt, die Offenheit am Lernen, die Angst vorm Lernen nehmen, die Freude am Lernen fördern. Das kann man das eine aufführen, das andere starten, wie auch immer. Ich glaube, das ist wichtig, um offen und mutig bleiben zu können, die Freude am Lernen für sich selber aufrechtzuerhalten, die man vielleicht als Kind mehr oder weniger hatte. Ja, das wäre eigentlich mein Abschlussplädoyer. Vielen Dank für deine Zeit, für die Einblicke in das lebenslange Lernen bei Vodafone. Wer mehr über dich erfahren möchte, du bist aktiv auf LinkedIn, dort kriegt man immer mal wieder ein paar Insights, auch aus der Vodafone-Welt. Und wer sich natürlich über euch als Arbeitgeber, als Unternehmen informieren möchte, auch ihr seid auf allen möglichen Social-Media-Kanälen aktiv, auch auf der Homepage. Und deswegen würde ich sagen, vielen Dank, Feli, für deine Zeit. Ich habe zu danken für das Gespräch und deinen Besuch hier vor Ort. Vielen Dank. Rebellisch Gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.